Hallo und herzlich willkommen bei CarState. Mein Name ist Dani Karel und ich darf Ihnen heute in Zusammenarbeit mit der Aras Group eine einzigartige Investmentoption in Dubai präsentieren. Wir befinden uns aktuell im neuen Stadtquartier Majan, welches sich in unmittelbarer Nähe zum luxuriösen Wohnquartier Al-Barari befindet. Dubai zählt definitiv zu den Gewinnern der Corona-Krise und bietet für immer mehr Investoren eine lukrative Investmentoption. Unschwer zu erkennen, befinden wir uns aktuell in der Aras Residenz noch auf einer Baustelle. Doch im September diesen Jahres werden hier für Sie insgesamt 96 Wohneinheiten fertiggestellt. Aufgeteilt in ein-, zwei- oder drei-Zimmer-Apartment. Wir begleiten Sie beim kompletten Ankaufsprozess. Sofern wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns schon ganz bald persönlich von Ihnen zu hören. Lassen Sie uns in einem ersten unverbindlichen Beratungsgespräch über die Investmentmöglichkeiten hier in Dubai gemeinsam sprechen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis ganz bald! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020